Musik Wir machen das jetzt schon seit 10 Jahren, das Tierausfall in Traumstein. Jeden Dienstag, Vormittag. Und wir sind auch die einzige Brauerei, die das macht. Also ausfahren da einmal im Stadtgebiet von Traumstein. Aussehen bis Kaufland, Wasnerwirt, Bäckerei Bachmeier, Maxplatz, Ostermäuer, das Brotzeitstantel. Dann das sind meine Rohs, das ist der Fitus und der Nando. Viele fotografieren uns und freuen sich auch, wenn sie uns sehen. Manche sind auch dagegen. Schimpfen oder hupen uns auch an. Aber im Großen und Ganzen sind alle positiv, wenn sie das sehen. Manche Leute kennen uns halt auch schon lange genug. Da haben wir auch eine alte Frau, die kommt auch mit dem Rollator. Die freut sich schon richtig, weil wenn wir kommen. Die hat auch meistens für die Rose irgendwas dabei. Ein Brot oder ein gelbes Ruhm oder so. Also die ist jeden Dienstag ist die da. Ja. Tschüss. Tschüss. Bickel. 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 Die hat noch mal.